Heli! Heli! Alter! Stech abstechen! Halt an, halt an, halt an, halt an! Halt an! Och scheiße, echt nichts getroffen! Ist da was? Weiß ich noch nicht, ja! Hm? Feich! Geht noch ein Fahrzeug! Kommt wieder! Bischos! Du? Nee, Schuss! Aber der landet da, er geht da runter, irgendwie! Na doch, dann kriegt der da hinten noch Smet! Der geht da echt runter, hinter dem Wind hier, siehst du das? Weiß ich noch nicht! Ja! Wer hast du? Hm! Hm! Hm-hm! Ist richtiger Troll! Ja! Der Typ! Was denn? Der, 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 der... Weiß nicht, ob der allein ist, wenn der allein ist, der ist oben im Turm! Wie weit ist der weg? Knapp über 300! Also wirklich ganz knapp! Der muss noch unten sein! Ich hätte den eigentlich sehen müssen! Nee, der ist oben! Oder einer ist auf jeden Fall oben! Siehst du denn? Der guckt unten so schwul! Da ging es durch! Hm? Hm? Wo war der? Bin jetzt grad nicht hingekommen! Ich schruch mich rechts! Ich stehe mal weg, hab' ich lauf' da mal hoch! Was du denn lebte, AK? Ja! Du Ich liebe es Wo war er, war der auch im Turm? Ne, links unten an der Mauer, vom Turm Tyrus? Peter und ich- Sprecher Rick, den kann er behalten Vielleicht haben wir einen Knife für jeden Heli mitgebracht Das ist gut los Also der oben hatte keinen Knife, vielleicht der hier oben Wär mega witzig Na, LRR, alter! Kannst du dich hochkommen? Ne, wo hast du nicht? Oh, Close Hedge. Ey, jetzt kann ich den nicht mehr looten. Ich kann den jetzt nicht mehr looten. Die Karri unten offen? Ja, ja. Echt nicht? Oh, Flo, ich kann den nicht mitnehmen. Doch, jetzt. Haben die für Scopes, haben die ein AMS zufällig? Der hatte ein AMS, ja. Was für eins? Facky. Komm hoch, okay? Oh, der ist da noch was. Hier ist doch nichts mehr, ich hätte jetzt halt geguckt, ob man den... Wie wäre jetzt bescht gesagt? Soll ich ein Boot? Ne, ist wieder draußen, alter. Oh, maa. Ist ätzend. Ich weiß nicht, weil ich lachen würde, wenn ich den nicht gelockt hätte. Oh. Wachtung. Ich bin ein Gott. Ist da noch einer? Gewesen. Ist da noch einer? Ich habe nur den einen gesehen, den habe ich gekillt. Eigentlich brauchen wir erstmal nicht über Bauern nachdenken, ne? Eigentlich nicht. Obwohl so eine Mini-Base irgendwo für den Alfred? Das wäre schon ganz praktisch, ne, wo lag ich denn? Ja, einfach nur in etwas größer Garage, zwei Saves rein, Arschlecken. Könnte ich machen, wenn ich Langeweile habe, ne? Könnte ja eh zwei Besen bauen, falls das irgendwann nochmal... ...her werden, bitte. Ich würde das einfach oben bei Frini irgendwo hinpacken, ne? Wo ist der Typ denn? Ach, hast du ihn hier versteckt? Ja, ja. Danke, Herr Schöpf. Danke, Herr Schöpf. Danke. Danke.